Hallo TJ! Hallo Freunde! Schwuchtel, Alter! Das geht hier echt ab, ey! TJ hat mir wieder was verpasst! Der Grave hat sein... Warte, wixi, wixi, wixi! Ne bitte, bitte nimm mich mal mit, bitte! Ne, das ist nämlich ein Kano, ist ja nicht gut! Der Grave hat sein Vogel grad verloren, dann hat der... im Redwood Forest und dann hat der bitte sich einen Bären... einen Bären geschossen, den kurz liegen lassen, weil er dann natürlich Futter für ihn holen möchte und dann kam er wieder zurück und hat den Kano gefressen. Da hast du einen Terrorbird, der Kämpfer gegen den Affen. Ja, es gibt mehrere, da hinten sind zwei Terrorbirds an der Wand festgebackt, den könnten wir nehmen. Ich brauche erst einen Vogel, ich mach vorher gar nix. Du darfst. Ich versuch mal. Ich will gerne auch so einen Fliegevogel haben, ich hab ja diese Dodo-Eier. Der Drecks, Kano, Alter. Finde ich echt stinkig, 72 war schön. Den mach ich jetzt tot. Ah, schrei nur, du Hurensohn. Wie sind sich denn? Alle auf Tollwut grade. Ich will aber kein Level 8er, ich hatte ein Level 44er gezählt, verdammte Scheiße. Ja. Hör mal runter, komm. Ja? Nee? Nee? Okay. Hast du einen Kühlschrank? Nein. Scheiße. Ja. Kühlschrank hab ich auch noch nicht. Kann ich auch noch nicht herstellen. Glaub ich. So. Bist du denn auch schon in der Aufnahme? Ich bin schon in der Aufnahme, ich glaub Wixwax ist auch in der Aufnahme und äh, ich hab grad die zwei Terrorbirds, die an der Wand klebten, die hab ich einfach mal abgeschossen, weil, pff, hallo, die klebten an der Wand und konnten da nicht mehr raus. Dann zähl mich die doch gleich mal. Kannst du doch nicht einfach toten. Hallo. Heute wird's voll. Voll, voll, voll. Voll, 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 voll. Ein Level 16er und ein Level 12er. Hm, nicht so umliegend, nicht wirklich hoch. So lieber. Ähm. So. Ich bräuchte wie soll jetzt meine Hilfe, ich komm jetzt nicht mehr raus, ich hänge fest. 111 Prime Meat, bitte. Das würde mich ärgern, wenn das vergammelt. Kannst du mich ganz kurz rauscrappen? Ähm, flieg mal zum Haus vom Grave. Er macht da schon wieder das Echo. Ist da und du machst grad Echo. Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm. Raus! Ja bitte, hol mich mal hier raus, ich bin hier festgepackt. Ne, 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 ich greif hier auf nix. Und sag mir, wann du aufsteigen könntest. Geht das jetzt? Ja, ja, geht. Auch die Aufnahme gestartet. Oh. Steig auf. Ne, das ist, das ist glaub ich, dass du versuchst. Ne, ich kann nur auf das, auf das Inventar zugreifen. Du musst mich klappen. Ich komm hier nicht mehr raus. Schau hier. Kann ich dir vorbeikommen, dich mit dem, äh, Vogel abholen. Hab ich? Ja. Oh, was passiert? Gegen Schildkröte gekämpft. Dankeschön bitte. Hier, nimm dir mal das Bein, hast du es raus? Es ist natürlich dumm, gegen eine Schildkröte zu kämpfen. Junge. Ganz ehrlich, das ist echt bisschen dumm. Aber ist das genauso dumm, mit dem Vogel in dem, in dem Bärferd zu fahren? Ist das egal, aber es hemmt ja noch jemand, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich die hier rausbekomme. Wenn, wenn ich da grad... Wer ist wie viel? Bin hier noch los. Oh. Ist das jetzt das richtige Bett, wo ich mich... Oh, da kommt ein Affe, Jungs. Da unten läuft ein Kano und ein Terrorbird. Das ist übrigens der 60er, der ist ganz schön anstrengend. Ähm. Oh. Die kann man nicht, die kann man nicht zähmen. Die sind kaputt, die hängen hier fest. Ich kann die nicht mal schlagen. Guck mal hier hin. Ja, in dem, hinter dem Baum war noch einer. Aber der wird wahrscheinlich auch backen. Ja? Ist das der weiße? Ja, ja, der steckt hier in dieser Spalte. Ja, ich sehn. Äh. Ah, den kriegst du doch da. Guck mal zu dir aus. Kannst du den beschießen, ne? Ja, ich komm mal. Guck mal. Ach du, das ist unser Kano hier in der Nähe. Ey, hier irgendwo, ich bin jetzt gar nichts. Siehst du mich? Ich hab hier grad einen, ähm... Der Wichswachs hat mir grad einen mehr oder weniger gebracht und den Kano hinterher. Ja, dankeschön. Okay, ich hab den Terrobot abgeschossen. Ist der, ist der Kano weg? Nö, der ist hier unten. Weißt du was? Ich schieß mir jetzt den Kano. Also der, der meinen Bären gefressen hat und jetzt muss er dran glauben. Ja. Irgendjemand ist da grad runtergefallen. Wer ist denn da, äh, unmächtig geworden? Ich hab Standbild. Ich weiß gar nicht warum. Wo ist denn der Kano? Im Wasser, glaub ich, ja. Im Wasser unterm Haus. Ähm, 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 DJ, bist du grad bei uns gespawnt? Ja, ich hab das falsche Bett gewählt. Ja, ist gefährlich. Gefährliche Ecke. Ganz gefährlich für uns gerade. Oh, ich bin rausgeflogen. Falls ihr in dem Wald, äh, einen Vogel seht, äh, der gehört mir, den hab ich verloren. Dann stoppe ich noch mal den Stream. Der Kano ist umgefallen. Ja, gut. Äh, das kann ich schon. Das dauert auch 100 Jahre immer. Was ist denn los? Du bist ja grad rausgeflutscht aus dem Spiel. Ja, ich weiß auch nicht warum. Der isst aber nix, der Terrorbird. Kann das sein, weil er unter Wasser isst. Dass er nix isst. Guck mal, ob der Put-Wert runter geht. Also ich hab schon mal eine Biene unter Wasser gefüttert. Aber normalerweise essen sie weiter. Essen sie weiter. Hat jemand noch ein bisschen Narkotik dabei? Oh, hier ist ein Raptor. Schlecht. Oh, jetzt gar nicht so ein Raptor. Ne, den krieg ich hier nicht gezähmt. Ein Terrorbird. Mist. Weil die Terrorbirds sind aber auch alle so Mini Level. Das ist ein bisschen doof. Ich will so mindestens ein über Level 20er haben. Mindestens. Ich hab hier hinten auch nochmal zwei, ne? Weißen und einen schwarzen. Weil die sind auch so unkonzentriert. Die greifen mal kurz an, dann rennt irgendein anderes viel in der Gegend rum. Und gehen sie auf das über. Oh Gott. Oh Gott. Leck, leck. Sobald ich in der Nähe bin, dann greifen die mich immer nur an. Vorsicht, ein Raptor in der Nähe des Hauses. Da rennt sie so rum. Ja, das sag ich doch die ganze Zeit. Soll ich den töten? Ja, bitte. Level 64er Raptor übrigens. Kann ich lang drauf schießen können. Der Karno hat auch keinen Wert. Er hat keinen 10 Wert. Wieso? Zu klein oder was? Ne, der geht nicht zu 10. Hä? Was? Du siehst doch, wie viel Level er draufkriegt normalerweise. Ja? Ja. Geht nicht da. Level normal, ist der Balken da? Hast du den schon am besten gesehen? Ist der vielleicht auch unter Wasser? Ah, der Kopf scheint in den Steinen zu stecken. Ne, im Stein ist okay. Hast du den Futter schon reingemacht? Ja. Okay, na dann muss er eigentlich bis da sein, ja. Wo ist denn jetzt die Rita hin? Der Wald ist ja... Das ist doch wieder mal eine krasse Aktion, Alter. Der Wald ist ja... Der Wald ist ja... Der Wald ist ja echt der Horrorwald hier. Aber ihr müsst einfach Bescheid sagen und dann machen wir... Ich glaube, ich bin als Schütze eher effektiv hier. Jetzt hat er einen Wert, okay. Oh, ich habe einen neuen Follower. Vielen Dank dafür, ich habe der Stream jetzt auch wieder angemacht. Willkommen im Chaos. Was ist denn das für ein Vieh? Graf, ist das einfach nur ein Reh oder was? Mhm. Aber die sind schnell und ich brauche ein schnelles Landtier. Das stimmt, ja. So, ich habe den Kanu totgepickt. Der hatte vom Terrorbird einen abgekriegt. Ich hatte gerade... Ich bin da gerade drüber geflogen. Ich wollte gerade auf Angriff zu dem Kanu. Wobei Menschen mir lieber wäre. Und dann meintest du... Dann meintest du... Ja. Den nehme ich. Und dann... Der abgebogen. Ja, ne. Da kamen nochmal drei Terrorbirds... Oh, hier kann man ja... Der Wald ist ja der Horror, ey. Ich lande immer ganz kurz auf dem Fels und wollte einen Terrorbird abschießen. Jetzt kommen hier drei, vier Terrorbirds angelaufen. Bloß Kanu. Die sind total wilder Blitz. Ja, die kommen immer in... Im Rodel normalerweise. Oh, was macht denn der Kano jetzt dazwischen, ne? Im Rodel, rödel. Dann suchen wir lieber noch einen Bär, ne. Wird echt Zeit, äh... Oder ein Adler, damit kann man ja auch schon ein paar Sachen. Ich weiß gar nicht. Kann man den Terror... Ja, ja. Mit dem Adler greifen? Ja, mit dem Adler schon. Also wenn ein Adler braucht, wie ich hätte da oben, da auch die Blästiker stehen, um die Adler abzuschießen. Weil es nur Bläbiger sein sollte. Kann mal jemand kurz nach meinem, ähm... Hier, hier, gucken, wie ich sieht's? Was heißt denn gucken? Äh, aufpassen oder wie? Ich würde... Ja, ich würde schnell den Sattel dazu craften wollen. Ja, dann machen wir. 72er Vogel, wollt ihr nicht irgendjemand einen Vogel? Ein Adler jetzt, oder was? 72, nein. Ich, aber ich hab nichts mehr. Okay, ich schieß den. Weder Narkotik, noch sonst was. Und, äh... Irgendjemand hat er doch Vogelkippel gefunden. Warte, 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 mit der Bowler erst. Erst, erst die Bowler. Nein. Er liegt. Oh, so schnell, okay. Bei den Vögeln, maximal, äh... Bei X-Euro nur ein, und... Aber auch so. Die normalen. Wenn du im Kopf schießt, die Vögel liegen total schnell. Willst du das Prime mitnehmen, oder hast du noch was? Schon Prime drin. Okay, super. Die, du stehst immer noch hier so rum, ne? Hm, ich bin nur ein Ladebildschirm. Okay. Wenn ich jetzt hier wegfliege und komme wieder und der Vogel ist wieder gegessen, brenne ich den ganzen Wald nieder. So. Du hast ja schon wieder ein Terrorbird im Felsen. Soll ich dich töten? Okay. Du kannst ja auch ein Weißer, ne? Du willst nicht, wie du willst. Du kannst wieder gehen. Du bist zwei Terrorbird, aber ich hab auch keinen Pan-Glas. Ich müsste drauf zu tun. Du meinst, diese zwei hier, wo ich grad bin. Ich weiß nicht, bist du da? Ja, ich mach dir grad tot, weil, äh, ich hab dir grad eben schon abgeschossen, aber ich krieg, ich krieg keinen Wert, wenn ich da irgendwie was mache und die sind auch für voll scheiße beim Level. Okay. Und ich bin ja grad abgestiegen und dann bin ich noch mit in der Wand, äh, am hängen gewesen, getunken. Getaten. Getuten. Ich nehm mal ganz kurz den T.J. mit. Und bringe ihn erst mal ins Haus. Alter, was für ne Same-Aktion hier. Wie die Noobsen. Bären hingelegt, du hast mal weggeflogen. So, tschüss, der Bär macht sich von selbst. Ah. Du ist halt Bär. Der T.J. ist wieder müde. Du bist grad disconnected übrigens wieder. Ah. Erzähl keinen. Dann, jetzt, ne, dann, dann war's, dann höre ich, dann, ne. Ich hab ewig lang gebraucht jetzt zum Laden, wenn ich jetzt wieder rausfliege, dann, ne. Du bist laut Bild, also laut Bild, laut Spiel, bist wieder rausgeflogen. Ja. Wir greifen dann die Plotobus an. Echt? Ist der Primate draus? Ja. Ich glaub schon, ja. Ich hab auch ganz schön an dem Raum hier. Ah, der hält viel aus, der ist recht stark. Ah, ich wusste auch, der ist ein Terrorbird. Hey, sag mal, machen die, machen die Kanus und Terrorbirds ein Ding, oder was, zusammen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Überall sind immer Terrorbirds mit Kanus zusammen. Die drehen ein ganz krummes Ding, ne. Tun sich auf jeden Fall nix. Ein ganz krummes Ding drehen die. Aber auf Bären sind sie nicht so gut, ey. Super. Er fällt dann zusammen. Ja, super. Mein Megalonon ist gestorben, den nächsten getamed. Untamed. Ja. Ah, du blöde Kuh. Ah, du blöde Kuh. Hatte dir schon jemand zwei Vogelkippel aus den Strahl gezogen? Oh, 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 oh. Äh, weiner nicht. Oh, meine Frau, es ist ja nicht so stark, ey. Was ist denn los? Du kannst euch oben landen, da ist es sicherer. Du kannst ruhig oben landen. Nicht immer nach unten rennen. Guck mal, der weiße Bär hier, was ein Level hatte der noch mal? Vielleicht kriegt den ja auf die andere Seite rüber gelockt. Oh, der stellt sich ja gleich hin, wenn ich in den reinfliege, ne? Oha. Komm. Komm, hier. Komm, du kannst auch schwimmen. Oha. Der hat aber auch... Na komm, sei nicht so weich. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Na unten, äh... Am Wasser. Wo... Wasser Richtung, äh, uns eigentlich. Also Richtung mir. Da wo, äh, Gref sein Boot auch steht. Und da tue ich... Tue ich den Bären gerade. Ich kann ja nicht weg. Problem ist, dass hier so viel los ist. Es würde nichts bringen, den Bären hier direkt am Strand zu legen. Was ist denn gerade Teufel los? Da ist... Also ich könnte gleich, wenn ich den getamed habe, auch vorbeikommen. Aushelfen. Können wir jetzt mit dem Boot herfahren? Ist ja total weit, ne? Wollen wir jetzt noch ein Bär? Mit dem Luftschiff bitte herkommen. Level 20. Nix zu machen, ey. Ich krieg den Terrorbird einfach... Ich hab jetzt gerade eben Terrorbird gesehen. Da war ein Kanu dabei. Da hab ich gegen Kanu gekämpft, ist der Terrorbird weg. Und der Kanu lebt immer noch. Oh, Mann. Aber hier ist alles voller Bären, aber nur Bären überall. Oh, hier kommt schon wieder ein Kanu. Ja. Seht ihr mal, warum ich die ganze Zeit gestorben bin am Anfang? Alle haben einen riesen Level. Du hast hier aber auch ein Gebiet ausgesucht, echt, hä? Ja, hier, ja. Da will ich ja auch. Wirklich alles. Da sind sie. Da sind die Terrorists. Da sind wieder der Kanu. Das gibt's gar nicht. Was wollt ihr mich weiter? Boah, einmal... Das ist ja wirklich, Kanu. Der verfolgt dich. Vor allem in der Wiki steht drin, dass hier nur, äh, Welten vorkommen. Kanus und Terrorbirds. Und ich dachte, nee, ist klar. Ihr Pisser. Aber es ist immer ein Kanu bei denen. Ich weiß nicht. Das ist, glaub ich, der Mentor oder sowas. Äh, Papa oder so. Das ist der Lehrer. Warum ist eigentlich der Server hier Version 2, 4, 3.6 und die neueste ist 2, 4, 3.8? Ausgründen. Und das hat nichts zu bedeuten. Okay. Das eine ist immer nur ne Stäbel, äh, ne Stäbelversion, oder wie auch immer, dass sich das, äh, schimpft. Ja. Das andere ist die offizielle Liste. Hey, ich bringe übrigens, ich komme grad zum Haus übrigens mit Kanu und, äh, Anhang. Ne, verpiste, ich bin hier gerade am Zähm. Achso, du bist am Zähm, mann. Naja, dann zieh ich mich, ich verzieh mich dann heute mal jetzt, äh. Ich glaub ich, das wird nix mit einem, äh, mit einem Terrorbird. Ich flieg dann wieder nach Hause und bau dann in meinem Haus weiter. Bau mal deine Bruchmude weiter, ja. Mach. Wenn ich, weil ich nicht soweit bin, dann könnte ich dir bei einem Terrorbird helfen. Du hast einen Adler, ne? Ja. Wir haben, äh, das dauert ein bisschen, bis ich den hole, aber ja, ich hab Adler erst in der Nähe von euch. Tageball. Dann könntest du ja sogar einen, mit dem Adler einen schnappen und zu meinem Haus bringen und dann schieße ich den direkt aus den Krallen vom Adler. Das könnte man sogar noch easier machen. Ja, deswegen bin ich schon fast beim Überlegen nochmal einen Adler anzuschaffen. Muss ja gar nicht groß sein, muss ja gar nicht groß sein. Ja, glaub ich mach mal einen Adler. Wo machen wir das Wittchen? Der Vogel hat ja ihn gekriegt, schon wieder. Von, von, äh, Kriechviechern. Äh, ich flieg nach Hause und bau X-Arrows. Äh, Pfeile, Arrows. Okay, und ich flieg nach Hause und bau ein paar, äh, vielleicht ein bisschen Kribbel noch trotzdem für die Dinge. Wo machen wir die Adler? Und eventuell, wie, den Berg? Das ist jetzt auch der letzte Versuch. Beim, beim Vulkan, da ist doch, ähm, noch ein kleiner Berg daneben, da waren auch immer so viele Adler. Oder meinst du direkt am Vulkan? Ja, die sind oben auf dem Berg drauf, da weich... Wir wechseln jetzt erst mal einen Channel und das für ganz lange Zeit. Okay, tschüss, tschüss. Äh... Lass mal hoch in Rocket League gehen, Digga. Für fünf Minuten. Bis gleich, Jungs. Bis gleich, Jungs. Tschüss. Ah, der T-J, hässlich. Der T-J ist hässlich. Der T-J ist hässlich, der ist noch hässlich als ich. Tschüss ist er. Hässlich, tschüss, 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 tschüss. Polizist ist er. Ah, ich bin jetzt wenigstens ein bisschen gelevelt, tschüss, tschüss, tschüss. Und jetzt kann ich wenigstens tschüss, 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 tschüss. Ja, ich wollte mir eigentlich, äh, Mutternapf craften und so. Das ist gut, ja. Aber... Also beim Dodo geht das ja noch. Beim Dodo, der frisst ganz gemütlich einmal. Pro zwei Jahre oder so. Aber so sind die anderen Tiere... Umso größer die Tiere werden, umso mehr wollen die fressen. Fresssäcke. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja, das habe ich gestern erlebt bei den zwei Rex auf einmal, die haben echt viel gefressen. Rexen, Dexen. Ja, ich habe aus Versehen zwei Rex auf einmal gemacht. Da ist er. Da, da, genau da. Hi, 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 hi. Hi, hi, hi. Ist klar? Hi, 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 hi. Nein, jetzt fehlt mir ein wiesender Punkt für so eine scheiß Downselling. Nein, ey! Also ich vermute, dass ich wieder rausfliege, weil ich habe vorher das Standbild beim Spiel, dann lasse ich jetzt. Ja, du liegst auch wieder hier. Ich verstehe gar nicht, warum, was denn bei dir los ist? Hat das auch gestern so gut geklappt und jetzt wieder nicht? Ja, also. Und an? Hast du das Spiel neu gestaltet, oder einfach nur, ja, versucht neu zu verbinden? Neu zu verbinden? Das muss doch nicht reichen. Nein, statt das Spiel neu kann man halt ein Spiel nehmen, das nicht falsch und richtig geladen ist. Dann hat das Spiel neu und dann versucht es so zu verlecken. Ich nehme dich mal mit ins Haus. Nicht, dass du hier noch vor meiner Haustür gefressen wirst. Oder irgendwas unlockst. Das wäre nämlich sehr unglücklich. Und einfach wieder in meine Base. Mehr will ich gar nicht. Ich bin wieder zurück. Homecoming. Ich habe keine Steine mehr. Wieso habe ich keine Steine mehr? Wer war bei mir? Keine Steine mehr. Und da hinten ist eine große Brücke gebaut worden. Keine Steine mehr. Da ist eine Brücke gebaut worden. Über sieben Brücken musst du kein. Geil, geil, geil. Geil. Der Listro Sauser hat gerade einen Saldo gemacht. Ja, wenn du dem was zu essen gibst. Wenn du dem einfach so gesehen an... Wenn ich ihn streichle. Wenn du ihn streichelst. Du bist ein bisschen süßer. Wir sind süßer. Mh. 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 Prozent die Füße ist gerade so als sie alle gesagt dass man sich dazu ein bisschen anbieten der Pinocchio denken wenn die Kinder alle zur Art der Esel werden stimmt also Leute wie sie jetzt wisst ihr Grave ist immer noch ein ein Esel immerhin bin ich kann so spacken wie du eh 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 das auch nicht so eine Strafe ein Spacko ist nein doch nein nein Esel doch nein 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 Spiegel Spiegel Doppelspiegel Manu Manu ich hab das Video noch nicht gesehen Finn Kliemann guckt alle Finn Kliemann ich muss das Video unbedingt sehen Wom geht es eigentlich? Wer zu beschreiben Okay lass es mal sein Money 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 Oh das weißt du Egal This is funny Da Ich weiß nicht, ich hab ein Eichhörnchen geknallt und weiß es nicht mehr Aber ich glaube mein Lysto stirbt gleich Haha Man hat überlegt knapp aber hat Wer ist dieser Hobbyart Spicker der gerade sein Todeswort an Diese T-Diesel die TS Einspielungen der Horror ich sag's dir Die waren früher schon so ne Seuche 1B hat das immer gemacht Wann damals schon scheiße Wie bitte? Scheiß Aber ich mein er hat doch nicht so Japano-scheiße eingespielt Nee, lass mal. Hab' ich durchgedreht. Mamey! Mamey! Tater-Zone abgespielt, deswegen hab die hier wieder da raus. Ja, musste ich dann doch mal gucken. Ja, der ist schon bei Level 30. Er hat sich bei seinen Steigen wieder geristet. Wir müssen auch schon Level 47.362, wenn ich jetzt mal nicht spielen könnte. Ja, das ist aber hier, ähm, als wir Season 1 gespielt haben und der Grave dann plötzlich 10 Level über mir war, oder auch 5, das ging eigentlich auf den Sack. Weil das war wirklich viel. 5 Level. Immer wenn du auf Standard spielst, jetzt ist hier zu 30 Level ist kein Problem. Das machst du einfach mal so kurz. Ich hab auch noch nicht so irgendwas gebaut, was geändert hat, oh Level 5, yes. Ja, das ist, äh, geht alles, alles mega schnell. Ja, es sei denn, bis ab 70 zieht sich wieder. Ja, aber das muss auch erst mal hinkommen. Ja. Ich bin schon, ich bin 73. Ich bin Level 35. Aber ich bin... Ist mir eigentlich scheißegal, was ich bin. Ich bin ehrlich. Ich bin scheißegal! Egal! Seid doch nicht so negatorisch. Negatorisch? Nee, negatorisch. Hallo? Egal, ich bin 75. So um weiter zu tauchen. Ich crafte wie ein Weltmeister. Weltmeister. Mu, 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 mu. Mu, 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 mu. Mu, 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 mu. Mu, mu, mu. Mu, 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 mu. Mu, mu, mu. Wenn sich jetzt die Leute fragen, warum hat denn der Deck schon wieder hier eine ganze Wand frei? Ich will hier einen großen Balkon bauen mit großem Glas und Eisen. Großen Mojitos. Mojitos. Und dos Kanonos. Muy bien. Los Muchachos. Und endtomatos. Und es Pimpernellos. Am Arschloch. Muy bien, amigos. Check this out. Nein. Und der war der Deck nicht fertig. Eins, zwei, drei, vier. Gecrafted, fünf. Oh ja, super. Oh mon dieu, das ist ja eine... Oh mon dieu, super. Super. Ich verschwinde. Ich verschwinde. Oh, 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 oh. Ich hab hier mein Roland Kaisers Level 7035. Und hat ziemlich hohes Melee Damage jetzt schon. Ist mir egal. Doch, das muss dir, das kann dir nicht egal. Also es ist, äh... Ist mir egal. Egal, 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 egal. Oh, ich hab hier noch die Sellings noch setzt. Äh, nein, ich muss glaube ich noch einen Punkt. Bin ich noch einen level gestiegen? Ja, level gestiegen. La, 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 la. Ähm, das kann aber auch sein, dass das ein 40 MB Download für, äh, Mods waren. Mods? Mods. Geht normalerweise ist dann dran, ob es ein Workshop-Item ist oder... Ja, wenn das... Geht dann drunter. Eines. Geht dann drunter, ey, alter, denk nochmal nach, äh... Ein Manns. Ganz konkret, Mods so. Ich gucke. Schguck? Schguck. Schguck? Ne, ist kein... War kein Mod? Waka-Mod. Waka-Maka. Wenn es unter 500 MB ist, ist es ein Bugfix. Dann haben sie bestimmt Bäume wieder gesetzt oder so. Bäume gerade gerückt. Meistens sind es eher Server-Sachen, die sie machen. Oder Probleme. Ja, oder so Spawn-Zeiten oder sowas. Das verbessern die auch meistens immer. Nein. Ja, die letzten News sind vom 25. Juni. Die ARC-Update als New Genobiom. Ja. Das ist das große 1,1 war das, glaube ich, ne? 1,1 Gigabyte. Und so, ja, 1,1. 1,1. Hm. So, wie mache ich das jetzt hier am ungeschicktesten? Ich brauche erst mal Stein. Hör auf zu Pupen, bitte. Pupen ist nicht in Nordloom. Hallo, wieso kann ich diese Steine immer nicht bauen? Was ist das? Was brauche ich denn hier? CS Slopper Wood Wall. Ach, Mann. Arbeiten die alle mit den CS? Ja, weil die CS passt ja, wenn du jetzt zum Beispiel in das Selling setzt. Die Standard-Selling, die hat ja immer diesen leichten Versatz, ne? Diese kleine Stufe. Und die CS macht das nicht. Die setzt das gerade hin. Ist mir jetzt nicht ausgefallen. Ja, cool. Ja, ich habe bei mir ein Haus, habe ich das Problem, dass es so versetzt ist. Sieht ein bisschen komisch aus. Ich nicht. Keine Ahnung, wovon ihr redet. Mir ist alles Knorke. Reiß die Hütte ab. Hojo, ich bin mal nach 346.720 Jahren aber da im Spiel. Mal gucken, ob es jetzt auch so bleibt. Ich will es auch open. So, ich bringe jetzt mal ein Heirack, die ich getamt habe. Hol mal einen Vogel, hol den anderen Vogel und hol den Terrorismus. Ja, ich habe doch einen Vogel. Du bist ja schon ein Vogel, ne? Ja, ja. Ne, es scheint wieder abzukackern. Dann lasse ich jetzt mit Ark. Jetzt ehrlich? Schon wieder? Ja. Aber es ist doch was bei dir. Das kann doch nicht sein. Es kostet irgendwas an. Du hast doch einen guten, du hast einen besseren Rechner als ich. Hallo? Du hast doch bestimmt ein Aim-Bot an. Ist nicht schlimm, dann lasse ich mit Ark. Für heute. Ne, generell. Was? Warum das? Warum das denn? Warum das denn? Ich habe keine Lust auf solche Sachen. Ne, warum denn Lust? Du musst einfach nur warten kommen. Bin jung. Leere dir dieses Spiele. Eins, zwei, drei. So, jetzt habe ich hier meine Boden gesetzt. Meine Boden. Meine Boden. Meine Boden ist gesetzt. Ich bräuchte ein Level. Hallo? Ich bräuchte ein Level. Kann mir ein Level vorbeibringen? Was? Level ist gerade, Level ist gerade aus. Was ist denn? Da kommt blauer, blauer Stahl runter. Ich bin mehrwegs langsam aus. Das war falsch. Haballah. Wrong Houses. Wrong Houses. Wrong Houses. ich suche die Hütte für meine Hai und zwar schwimmen, schwimmen, schwimmen ich brauche unbedingt 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 mal was zum tragen und hier was trägt trägt unbedingt ich denke mal ich mache mir so ein Bär, Bär, Bär Schall, 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 Schall Bär, Bär Wer trägt denn so ein Bär? Bär trägt schon von von Standard als wir einen gezähmt haben war der Level 2 oder so und hatte glaube ich schon 900 Gewicht 400 habe ich doch gesagt ist das gleiche 400 ist auch schon ordentlich für Level 2 1. Level 100 1.600 2.400 ich glaube der Bär ist irgendwie komisches das Körpergröße her soll der T-rex eigentlich mehr trauen können aber n T-rex ist so'n High-level Oh, oh, oh der Strahl ist endlich da Ups, ne, der Strahl ist endlich da. Ja, auf den Strahlverltschloß. Schnauze, Mann. Ich geh jetzt Döner essen. Oh, geil, ich krieg' Eisenwände, neun Stück. Was ist das denn? Meins, meins, meins. Was geht ab, ey? Krasses Sache. Voll schwer. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Ich werd' das schönste Haus der Welt bauen. Aber nicht das. Das nächste. Im nächsten, in der nächsten Staffel. Staffel 7000. Mann, wie viel Level brauch ich denn jetzt noch hier? Oh. Wirklich, weil ich Starring bin, bin ich hier fast schon wieder am Umkippen. Hey, Money. Money. Komm mal, Rubber Darken, komm mal mit. Rubber Darken. Ah, hier unten ist Stein, super. Ich wusste, Stein, Stein, Stein. Super. Hast jetzt eigentlich gerade was noch. Du bist gerade was am Zähmen, ne? Ich bin schon lange hier. Dein Flugsaal, ja? Nö. Was denn? Hätt' ich gar nichts an. Okay. Okay. Nee, äh, ich hab, ich hab ne, äh, 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 ne Hirschkuh. Ja, Hirschkuh ist super. Boah, was Schnelles. Äh, nicht, äh, die Hirschkuh ist, äh, eher eigentlich die Speed-Speed-Kuh. Hey, Mann, ich bin auf Speed. Die ist total auf Speed. Aber ich möchte mir gerne einen, äh, ne richtigen Hirsch, Sam. Ja, Hirsch, der war halt gerade nicht da. Heute ist Hirsch aus. Ja, Hirsch war echt aus, gerade. Morgen gibt's ihn wieder auf der Speisergrate. Schnelles, das ist Schnellvergriffen. Lieblingsfutter von, äh, Angry Birds. Und Karmus, als Hintergedanke. Darf ich eigentlich sagen, dass die Brücke hässlich ist vom, vom, vom Witte? Äh, vom Wix-Wachs? Ja, hat er selbst gesagt. Pot hässlich, aber die, it's worked. Also, alles okay. Hässlich. Hässlich, hässlich, hässlich. Hässlichkeit. Hässlichkeit kennt keine Grenzen. Oh Gott. Was läuft da rum? Was ist das? Ach, Känguru. Oh. Äh, Känguru. Äh, Känguru. Ich hab's festgepackt. Äh, jetzt nicht tamen. Nicht tamen. Äh? Äh, bin ich nicht gerade nur Level gestiegen? Ach, ich muss jetzt noch, äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Äh, äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Ich bin jetzt noch nicht überzeugt von dem, was ich hier mache, aber... Ich eigentlich auch nicht. Ich finde es eigentlich total scheiße. Ich bin nicht überzeugt von dem, was ich mache. Kurz Kleidung wechseln. Das war's für diese Folge. Nächste Folge geht's weiter mit meinem Dach. Ja und tschüss und abonnieren und Daumen hoch und alle und tschüss und Liebe.